Musik Liebe Freunde der Musikschule der Stadt Koblenz, da wir uns zur Zeit im Konzert leider nicht begegnen können, möchten wir Ihnen auf digitalem Wege frohe Weihnachten wünschen. Viel Freude mit den musikalischen Beiträgen unserer Schüler. Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr. Musik 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 Amen. 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 Merry Christmas and a Happy New Year. Merry Christmas. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, die Weihnachtsferien sind da. Im Namen aller Mitarbeitenden der Musikschule möchten wir von der Musikschulverwaltung uns ganz, ganz herzlich bei Ihnen, beziehungsweise bei Euch, für die Unterstützung in diesem Jahr bedanken. Und wir wünschen daher Ihnen allen, beziehungsweise Ihnen allen eine erholsame Weihnachtszeit und vor allem, dass Sie, beziehungsweise Ihr gut ins neue Jahr kommt. Und wir freuen uns, Sie, beziehungsweise hier wieder zu sehen und wenn wieder der Präsenzunterricht startet. Damit Sie uns in guter Erinnerung behalten, haben wir einige Videos mit unseren Schülern aufgenommen und wünschen Ihnen viel Freude damit. Und wir freuen uns, Sie, beziehungsweise hier wieder zu sehen und 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 wieder zu sehen. Und wir freuen uns, Sie, beziehungsweise hier wieder zu sehen und wieder zu sehen und wieder zu sehen und wieder zu sehen. Und wir freuen uns, Sie, beziehungsweise hier wieder zu sehen und wieder zu sehen und wieder zu sehen. Und wir freuen uns, Sie, beziehungsweise hier wieder zu sehen und wieder zu sehen und wieder zu sehen und wieder zu sehen. Und wir freuen uns, Sie, beziehungsweise hier wieder zu sehen und wieder zu sehen und wiederzunehmen. Vielen Dank.